Arten von Filtern beim Bauen. Der Profi. Gut, den Schrank werde ich hier bauen. Die Maß habe ich schon mit der Eulöschen gerade und dem Pythagoras berechnet. Schutzbrille ist auf, da klebt man Anbänder auf beide Seiten. Let's go. Der mit dem komischen Sohn. Mein Sohn, ich bräuchte eine Mutter. Mein Beileid, wann ist Oma mal Geräte von uns gegangen? Du Idiot, meine Mutter lebt noch. Ich brauche die Mutter für die Schrauben hier. Warte, seit wann haben Schrauben Mütter? Bist du doof, Alter? Haben auch Schrauben Väter oder so? Der, der nichts hat. Äh, mein Sohn, ich habe keine Schrauben. Kannst du sie bitte aus dem Obi holen? Ja, okay. Hier, danke. Ähm, ich bräuchte dazu auch noch einen passenden Schraubenzieher. Kannst du den bitte auch aus dem Obi holen? Na gut. Danke. Ich brauche jetzt noch eine Säge aus dem Obi. Und ein Holzbrett. Und Kleber. Und noch eine Pflanze, bitte.